Willkommen Betriebsrentner. Bis zu 7,5 Prozent mehr Betriebsrente, weil sie EM-Bestandsrentner aus der gesetzlichen Rentenversicherung sind? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Meine Damen und Herren, wir bekommen auf Rentenbescheid24.de wirklich jeden Tag ganz, ganz viele Anfragen via Mail, Telefon. Wir schaffen es leider nicht mehr, alle Anfragen und Telefonate zu beantworten oder dem hinterherzukommen. Meine Damen und Herren, ich habe aber wieder eine interessante Anfrage bekommen, auf die ich gerne eine Antwort geben möchte. Und zwar gibt es da einen Betriebsrentner, der bekommt aus einer Zusatzversorgungskasse eine betriebliche Altersversorgung als Invalidenrente gezahlt. Und zwar deshalb, weil er seit dem 1.5.2014 eine Rente wegen Erwerbsminderung aus der gesetzlichen Rentenversicherung bekommt. Ja, der Arbeitgeber hat sozusagen das Risiko der Invalidität für ihn, für diesen Arbeitnehmer abgesichert. Und als er dann gesetzlicher Erwerbsminderungsrentner geworden ist, hat er auch diese Betriebsrente bekommen und bezieht diese Betriebsrente aktuell auch weiter. Und dieser Rentner wird, so konnte ich mich versichern, oder so konnte ich das zumindest sehen, wird, wenn er seine gesetzliche EM-Rente auch am Stichtag 30.06.2024 noch hat. Er also bis dahin nicht verstirbt, wird er auf jeden Fall 7, oder nicht auf jeden Fall, sondern 7,5% Zuschlag als EM-Bestandsrentner bekommen. Und seine Frage war jetzt, bekommt er diesen Zuschlag auf seine Betriebsrente auch extra dazu? Nein, meine Damen und Herren, auf keinen Fall. Ja, also auf keinen Fall gibt es hier eine Verknüpfung der gesetzlichen Bestimmungen aus dem sogenannten EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz zu Betriebsrenten. Das heißt also, diese Erhöhung der EM-Bestandsrentner, hinterbliebenen Rentner, deren Renten vor dem Jahr 2019 begonnen haben aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Die werden keinesfalls, wenn sie deshalb auch noch eine Betriebsrente bekommen, hier noch pauschalisiert 7,5% mehr Betriebsrente bekommen. Die Anpassungsregelungen für Betriebsrenten erfolgen nach völlig anderen Vorschriften aus Versorgungswerken, aus Zusatzversorgungskassen, aus Satzungen, aus versicherungsrechtlichen Vorschriften und so weiter und so fort. Und deshalb kann man hier ganz klar sagen, es gibt keine Verknüpfung aus dem EM-Rentenbestandsverbesserungsgesetz zur Erhöhung auch gleichzeitig verknüpfter Betriebsrenten, wenn also ein EM-Bestandsrentner auch noch eine Betriebsrente bekommt aufgrund seiner eingetretenen Erwerbsminderung aus dem entsprechenden gesetzlichen Rentenbescheid. So, meine Damen und Herren, klare Antwort, keine 7,5% mehr Betriebsrente für den Fall, dass der Betriebsrentner auch die oder die Erhöhung 7,5% oder 4,5% am 1.7.2024 nur deshalb bekommt, weil er unter den berechtigten Personenkreis der EM-Bestandsrentner fällt. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel. Ich habe es ganz vergessen, meine Damen und Herren. Auch zu diesem Thema EM-Bestandsrentner habe ich einen Anspruch auf die 7,5% oder auf die 4,5%. erhalten wir wirklich sehr, sehr viele Anfragen. Fast täglich strömt da viel zu uns rein. Die Leute wollen immer individuelle Beratungen haben von uns. Meine Damen und Herren, das können wir so nicht leisten. Das tut uns leid. Wir können grundsätzlich auf unseren kostenfreien Ratgeber dazu verweisen. Da können Sie nachlesen oder aber auch zu den vielen Beiträgen und Videos, die wir zu diesem Thema gedreht haben oder die Beiträge auf rentenbescheid24.de veröffentlicht haben. Meine Damen und Herren, aktuell ist es uns nicht möglich, alle Fragen zu diesem Thema zu beantworten. Deshalb müssen wir auch zum Teil Mails unbeantwortet lassen, weil wir es schlicht und ergreifend einfach nicht mehr schaffen. Näheres zu diesem Thema wie immer auf rentenbescheid24.de. Alles Gute, rentenstarke Woche, euer Rentenberater Peter Knöppel.